Ja, hallo zusammen, wir sind die Happy Shakers, befinden uns hier in unserem grandiosen Proberaum heute. Zu meiner Linke ist der Frankie mit seiner E-Gitarre, mit seiner Akustik-Gitarre, mit seinen Bluesharps, mit seinem Mikrofon natürlich ganz wichtig, mit seinem Gesang. Ja, das ist der Dirk. Wir zwei feiern dieses Jahr unser zehnjähriges Jubiläum als Happy Shakers, zehn Jahre lang unterwegs, quer durch Deutschland, durch die Schweiz und wo auch immer, ja, Firmenfeiern, Geburtstage, Hochzeiten sind so unsere Spezialitäten, Dorffeste, Dorfhocks, Weinfeste, überall sind wir zugegen und wir freuen uns auch vielleicht bei Ihnen demnächst aufspielen zu dürfen. Genau, ich stelle mich auch nochmal ganz kurz, ja wie gesagt, er hat schon super vorgestellt, ich bin der Dirk, bin ich auch zuständig für die Saxophone natürlich hier, für das Keyboard, für das Akkordion, für die Panflöte. Unser Repertoire umfasst so seit den 50er Jahren eigentlich so die letzten sechs Jahrzehnte alle Stilrichtungen, also von Rock'n'Roll damals die Zeit angefangen über irgendwelche Standardtänze, natürlich auch volkstümliche Musik, Stimmung bis richtig Dancefloor und Rockgeschichten, also mit über 800 Songs denke ich mal, dass wir für jeden was dabei haben an dem Abend. Wir werden nachher natürlich auch hier einige Hörbeispiele noch für euch aufspielen. Hier im Hintergrund seht ihr erstmal unsere Anlage, die Akustikanlage ist praktisch so zwei Säulensysteme, die man flexibel aufstellen kann. Das ist jetzt mal unser Grundaufbau, der umfasst hier ungefähr drei Meter, also so ganz grobe drei Schritte in der Breite und so sagen wir circa zwei Meter in die Tiefe. Wenn es nachher mit der Breite, keine Ahnung, zwei Meter achtzig sind, das spielt auch keine Rolle. Wie gesagt, wir können auch die Akustikanlage, die Lautsprecher flexibel aufstellen. Ja, das wäre so der ganz grobe Aufbau für eure Veranstaltung, wäre vielleicht wichtig, wenn wir als Komma, sind wir so circa eineinhalb Stunden vor Eintreffen eurer Gäste, sind wir vor Ort, um die ganze Geschichte hier aufzubauen. Wichtig zu der Anlage wäre vielleicht noch zu sagen, wie ihr gerade seht, was ich hier in der Hand habe, ist ein Funkmikro, das ist für euch vielleicht an dem Abend auch wichtig, wenn ihr irgendwelche Reden haltet oder der Brautvater zum Beispiel macht seine Rede oder irgendwelche Beiträge kommen, Vorträge. So ein Funkmikro haben wir immer an Bord. Wir haben auch noch ein, zwei Mikrofone, die wir zusätzlich anschließen können, also für irgendwelche Umrahmungen an dem Abend ist also bei uns immer gesorgt. In dem Rack haben wir noch einen schönen CD-Player, auch für solche Vorträge sind wir gewappnet. Also ihr könnt auch mit CDs kommen, wo man hier einlegen kann, auch MP3 wäre möglich. Dank unserer musikalischen Ausbildung können wir natürlich auch irgendwelche Beiträge live dazuspielen, irgendwelche Lieder begleiten, ist also für uns alles kein Problem. Wo wir noch extrem Wert drauflegen, ist natürlich auch die Lautstärke. Also bei uns geht also keiner raus mit dem Hörschaden am Abend. Also wir achten auch immer darauf, dass wir gerade zum Anfang oder zum Essen auch immer eine schöne, dezente Tischmusik machen. Und so die Lautstärke spielt sich natürlich am Abend auch ein bisschen hoch, wenn die Stimmung gut ist. Aber es ist immer noch so, dass man sich gut unterhalten kann und keiner mit dem Hörschaden rausgeht. Da legen wir sehr viel Wert drauf, auch über das abwechslungsreiche Repertoire haben wir haben. Da legen wir auch sehr Wert drauf, dass die Instrumente auch richtig zum Einsatz kommen, beziehungsweise auch das Repertoire schön bunt gemischt ist, dass jeder auf seine Kosten kommt. So, das war jetzt erstmal die Theorie. Wir wünschen euch bei unseren Demos erstmal viel Spaß und vielleicht sehen wir uns dann bei eurem Fest. Bis später. Musik Ja future. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Fliege mit mir in den Himmel hinein, mein Madel, ich lade dich ein. Fliege mit mir in den Himmel hinein, mein Madel, ich lade dich ein. Fliege mit mir in den Himmel hinein, mein Madel, ich lade dich ein. Und in the meantime, let me tell you that I love you. Bonne sera, Zenrida, kiss me goodnight. Some broken hearts never met, some berries never end, some tears will never try, my love for you will never die. Rock it. Country roads, take me home, to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, mountain mama, take me home. When I was a little pretty baby, my mama, rock me in the cradle. In that mall, the cotton fields are back home. In that mall, the cotton fields are back home. What do you do? They talk about your duties. TV, braids and movies. It's right too. It's sure and true. I was afraid, I was pretty fine Keep thinking I could never leave you out here by the side But I spent so many nights thinking how to get me wrong Yet I was strong, and I learned to gather along Get down on it, get down on it, get down on it Get down on it, get down on it I've been changing but you, you're since you're done on the web So I made you my mind, yeah, I must come to the end Look at me now, cause I've never learned, I taught you how When the patterns suddenly lose control And there's you're in my soul Just one look and I can hear the rain Bis ein neuer Tag erwacht Atemlos, einfach raus Deine Augen ziehen mich ab Jetzt ist es schon über Wochen her Ich halte es nicht ohne ihn aus Jetzt ruf ihn an Und wann aus ihm ist Sag ich zu ihm Wir waren die Geschwister In all den Jahren Tausendmal berührt Tausendmal ist nichts passiert Tausendmal ist nichts passiert Tausendmal ist nichts passiert Du bist nicht hart im Nehmen Du bist beruhigend weich Dich nicht zu mögen ist nicht leicht Du bist kein Einzelkämpfer Du bist so herrlich schwach Vertrau mir und benutz mich Wozu sind denn schliesslich Freunde sein Ist it so hart? Sind es zwei Senses? Ich fand out you loved me I have to mount a friend's bell They called our street tonight And the people that were dancing Since the music raps And the voice to the girl With the curse of the hair And the shy germ And the tiszy grave of the hair And the song is still loud Which one's better than before And the singing of the song Well, I'm the type of guy Who were never sitting down Her pretty girls all round You know they're time for round The kids are mad in love And they've to meet them all the same I hug them and I scream And they don't even know what they could Cause I'm the wonderer The terrible wonderer I wonder, 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 wonder To be a good reason Don't be a good reason Yeah, nothing else let us do Going down Party time Yeah, my friends I gotta be with you I'm on the highway to That a great mile of the road Ha. I don't know what they need You see, I don't know what they need Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir würden uns freuen, wenn ihr uns buchen würdet. Bis dahin, alles Gute. Haltet die Ohren steif. Richtig. Macht's gut. Ciao.